Musik Jösisch! Eberfrönde Die Marztäken ist schon im Sommer Aber jetzt haben wir dunkelgröne Der Kung-Furi Das ist jetzt die dritte grüne Mannschaft. Nehmen wir dann die rote oder die zweite. Wir sind gewarnt. Was geht man dagegen? Mexikanische Adresse ist das, oder? Nein, irisch. Nein, irisch. Aber warum sind wir dann im Azteken-Stadion? Das kennt das haupt-irische Stadion nicht. Aber das Azteken ist mit ihm. Können Sie ein Stadion nehmen an, was Sie wollen? Wem? Macht Sie jetzt ein Theater? Ach, tut kein Theater. Ja, zurück zum Spiel. Konzentration. Alle Rädchen. Und. Na genau, na genau. Drei Spieler von uns und der geht genau auf Cannes. Ja. 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 Und wenn kein Tor mehr da ist, kann so einer schon mal reingehen. Das war glaube ich bei uns so ein bisschen Voraussetzung. Ja. 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 Hm. Ja. 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 Ja, wiederum. Ja. Das ist auch immer. Ja. 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 Ich hab zum Pott gespielt, aber... Wir müssen mehr Standards üben. Schöne. Da hab ich zu lange Zeit gehabt, dass ich zweimal Druck da und auf diese... ...und die Kuhle ja noch bringen. Ha 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 ha. Es muss es leches. Ja, boi. Ja, boi. Ja, coi na ossiculoid. Hahaha, isto é o ar. Hahaha, isto é o ar. Bobia. Chiri? 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 Hans, bleib stehen. Kommt. Nein, kommt nicht ganz, aber genau. Noch besser. Bravo, das ist perfekt. Das ist ein Überflug. Das ist, wenn es am Boot geht und von deinem Körper holen. Wanns du ihn holen kannst. Der ist dann perfekt vor. Wanns du ihn holen kannst. Kommt aber auch, wie viele da sind, die es ihn noch holen wollen. Ja, das ist schon wie das. Normalfall. Du schnöhn oft Hand in Tee. Schuss, Bass, Flanke, alles. Ich hab sogar schon gehabt, dass Gegner beim Beistoß auf ein Boot im 16er gespielt haben und der Hand hat einknallt wie er auch gewesen. Ja. Aufst du ihn holen. Tee. Tee. Du ain't noch. Oh, das ist noch keiner. BAM. Ja, wie schon. Tee. Tee. Mit ERP war es g'scheiter gewinnen und einfach draufgegern, Giri. Genau. Da ist wieder geschubft und die Ruchen sind sowieso Dreck. Die müssen sogar passen. Der Murat soll laufen. Der Murat soll laufen. Der Murat soll laufen. Der ist nicht da Der ist nicht da Der ist nicht da Besser mit dran für die zwei. Ich hab mal gegräßt. Die sehen auch nicht aus. Dann auch wieder zurück. Die sehen auch nicht aus. Hans, Hans, Hans. ... ... ... ... Kannst du uns auf die Hase gekommen? Ja. Ooooooh! Dann hast du noch vorbeigeschaut. Du hast noch geschaut. Jochen kann es nicht über treballieren. Oh. Ich kann es nicht so viel aufbauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, trick. Okay. Okay. 23 Meter, wer will. Ja. Mit Elans geschlossen, Dreck! Nein, 23 Meter, Elans nicht. Auf dem Fähre war es nicht mit Elans. Nein, nein, nein. Nur knapp unter zwei Balken, glaube ich, aber manchmal ist es knapp drüber. Oh, das ist... Oups! 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 Da würde ich mir um nichts nachstehen. Aber wer hat sich ja gehaltigt, das war. Fäng sie zum Schluss noch mal zähne. Oof. Oof. Jetzt. Bis auf die ersten Minuten eine runde und gute Leistung. Gut ab. Gut ab. Das war der Aufstieg. Mindestens. Ich nicht wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.